So Leute, das Shop Akklusiert sich in ganz genau 8 Sekunden. Lasst auf jeden Fall jetzt schon mal einen Like da und ein Abo da, falls ihr neu seid. Würde mich mega, mega freuen. Und mal schauen, ob wir heute wieder einen neuen Skin reinbekommen werden. Oh, ich hab's wieder gesagt Leute, es wird jetzt jeden Tag ein neues Skin reinkommen. Was sind das für Skins Leute? Es sind wieder Avenger Skins drin. Okay. Wir schauen uns erstmal den neuen Skin an. Das sieht heftig aus. Okay, das Backpack sieht heftig aus. Oh mein Gott. Das Skin sieht krass aus Leute. Für 1200 V-Bucks muss man sich das holen. Alter. Also das Backpack ist absolut episch Leute. Das Backpack ist heftig. Krass. Einer der heftigsten Backpacks ich je gesehen habe. Schön animiert. Nice. Dann haben wir hier noch die passende... Oh, Splitterbruch-Tarnung. Oh mein Gott. Einer der geilsten Skins Leute. Waffenskins. Sieht heftig aus. Oh mein Gott. Das sieht echt heftig aus. Dann hätten wir hier noch den passenden Gleiter dazu. Oh. Was ist das für ein Gleiter? Guckt euch das mal an, wer aufgeht. Alter. Der ist auch heftig. Der ist echt heftig Leute. Krass. Schreibt mir eure Meinung dazu mal gerne in die Kommentare. Dann hätten wir hier noch die männliche Variante. Oh mein Gott Leute. Was sind das bitte für Skins? Was sind das bitte für Skins? Leute. Alter. Das sieht echt crazy aus. Für 1500 V-Bucks geht es voll fit. Sieht aus wie das Galaxy Backpack. Oh mein Gott. Was ist das für eine Hacke? Also heute ist der Shop echt verrückt Leute. Hat doch einen coolen Sound. Also geht völlig fit. Leider kein Gleiter. Dann haben wir hier wieder den Starload Skin. Finde ich jetzt nicht so besonders. War auch schon... Jetzt ist der dritte... Ja, den dritten Tag im Shop. Passende Mode dazu. Dann hätten wir noch den passenden Gleiter dazu. Der absolut krass ist. Und die passende Hacke. Nice. Dann haben wir hier... Oh, die weiß, was? Black Widow ist auch wieder da? Okay, Leute. Die kompletten Avengers-Kin sind wieder zurück. Alter. Okay, hier kam gerade eine Spende rein. Okay, nice. Danke dir auf jeden Fall. Ehrenmann. Passende Hacke dazu. Kann ich euch nur empfehlen, Leute. Gönnt euch die Hacke auf jeden Fall. Und das passende Emote für 200 V-Bucks. Dann haben wir hier... Die Taucher-Skins. Ja, finde ich jetzt nicht so besonders. Battle Pass-Stufen. Zehn Stück. Plus 500 V-Bucks für 600 V-Bucks. Äh, plus 500 XP mit... Ne, für 600 V-Bucks. Okay. Okay, gerade einen kurzen... Kurzen Crash gehabt in meinem Kopf. Wackeln, ziemlich cooles Emote. Kann ich euch nur empfehlen, Leute. Dann Breakdance, auch ziemlich cooles Emote. Forstball war jetzt, glaube ich, das zweite Mal im Shop, wenn es mich nicht täuscht. Ziemlich cooler Skin. Sieht man echt nicht oft in der Lobby. Oder beziehungsweise in-game. Ziemlich cooler Skin. Und zu guter Letzt noch eine coole Hacke für 500 V-Bucks. Hat einen coolen Sound. Dann würde ich sagen, das war's mit dem Shop-Video. Haut rein. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.